Herzlich Willkommen zum Tutorial des ersten Online Silberkurses der Jugendmusikschule Bad Seckingen wieder mit der Abi und der Brigitte. Die heutigen Themen sind einmal Noten und ihre Notenschrift beide Schlüssel lesen können und die Intervalle in der Feinbestimmung. Und starten tut die Gabi. Genau, ich starte mit der Notenschrift. Und zwar wisst ihr ja sicher alle, wie unsere Notenschrift bei uns jetzt so aussieht. Wir haben fünf Notenlinien, aber es kommt ja auf den richtigen Notenschlüssel an. Und der Notenschlüssel, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, da gibt es einen Violinschlüssel und einen Bassschlüssel. Die lernen wir heute. Der Violinschlüssel ist mal so entstanden. Da war so ein Kringel um die G-Linie rum. Es wurde auch schon im Buchstabe geschrieben. Und so sieht er aus jetzt heute. Und deswegen nennt er sich auch G-Schlüssel, weil der die G-Linie umkringelt. Da kann man auch immer ablesen, da ist es G, wenn man nicht weiß, zum Beispiel, wie heißt der Ton. Und beim Bassschlüssel ist es ähnlich. Es hat so mit dem F angefangen. Und dann sieht man auch so die Pünktle, die eine Linie umkreisen. Und so sieht der Bassschlüssel heute aus. Und weil der Bassschlüssel eben auch F-Schlüssel heißt, kann man genau sehen, hier ist das F beim Bassschlüssel. Deswegen auch F-Schlüssel genannt. Es gibt auch andere Schlüssel, zum Beispiel hier den Altschlüssel. Das ist ein C-Schlüssel. Und das C, seht ihr auch, wo das ist? Das braucht man zum Beispiel bei einer Bratsche. Oder den Tenorschlüssel. Sieht genau gleich aus, aber wenn man genau hinguckt, ist ein bisschen verschoben. Auch ein C-Schlüssel. Das C ist jetzt hier. Den braucht man zum Beispiel beim Cello oder auch beim Fagott kann er vorkommen. Es gibt auch beim Violinschlüssel, da unten so eine Acht drunter. Das ist kein Versehen, sondern das gibt es wirklich. Das heißt einfach, Oktaviere nach unten. Oder auch Oktaviere nach oben, wenn die Acht oben steht. Oder eben zwei Oktaven nach oben. Du wunderschst dich sicher, warum da eine 15 steht. Ganz einfach, wenn man jetzt die 15 Schritte hochzählt, kommt man auf die zweite Oktave, weil wir ja die Rieme nicht nochmal doppelt zählen. Dann gibt es noch einen Notenschlüssel. Der sieht ganz komisch aus. Den gibt es für die Gitarrenspieler. Und zwar gibt es den mit sechs Linien oder mit vier Linien oder mit fünf Linien. Je nachdem, wie viel Zeit ein Instrument hat. Und da zeigt es an, wo man denn draufdrücken muss, um irgendwas zu erreichen bei dem Instrument. Und es gibt so einen Schlüssel. Sieht so ein bisschen aus wie ein H oder eine Fünf in Kombination. Das ist für eine Handharmonika. Und zwar eine diatonische Handharmonika. Oder es gibt so einen Schlüssel. Den braucht man beim Schlagzeug. Das kennt ihr sicher auch. Da gibt es auch genau auf jeder Linie. Dann wird bestimmt, welche Trommel, dass man schlagen muss. Also es ist nicht so, dass die nur einfach schlagen dürfen, was sie wollen. Sondern da ist auch ganz genau klar festgelegt, was muss ich wo spielen. Hat ja auch mehrere Trommeln oder Becken. Genau. Wir kommen zum Violin- und Bassschlüssel. Weil ihr braucht jetzt für diese Sache in der Silberprüfung diese zwei Schlüssel. Aber ihr solltet beide schreiben können diesmal. Wir gucken uns mal an, wo denn das C wäre. Und zwar das C1. Das ist hier beim Violin- und Bassschlüssel. Sieht so ähnlich aus. Nur so ein bisschen gespiegelt. Und weil das das C1 ist, nennt man das hier auch die eingeschriebene Oktave. Die geht von C1 bis H1 genauso im Bassschlüssel. Und ganz logisch kommt dann natürlich die zweigestrichene Oktave oder die freigestrichene. Und unten dran. Jetzt gehen wir da auf die linke Seite. Unten dran kommen dann, es geht natürlich noch weiter runter. Die Linie ist nicht groß genug hier, sonst würde man es nicht mehr sehen. Das ist die kleine Oktave. Kleingeschrieben, alles noch kleingeschrieben hier gab. Oder dann weiter unten noch die große Oktave, die ist dann großgeschrieben oder die Kontraoktave. Genau. Wenn wir uns jetzt den Ton angucken und haben jetzt keine Notenschlüssel jetzt mal davor, dann sieht man hier, das ist bei Violinschlüssel wäre das ein A. Ein Bassschlüsselspieler würde aber sagen, das ist ein C. Das kann man sich auch ganz einfach merken jetzt. Wenn man ein Violinschlüsselspieler ist und man will rauskriegen, wie heißt denn der Ton im Bassschlüssel, also beim Violinschlüssel wäre es A, dann würdest du einfach jetzt diesen Ton eine Linie nach oben schieben, dann hättest du ein C. Dann weißt du grundsätzlich schon mal, aha, das wäre ja eigentlich ein C beim Bassschlüssel. Und genauso umgekehrt. Wenn man jetzt ein Bassschlüsselspieler ist und sagt, für mich sieht es aus wie ein C, dann gehst du einfach eine Linie nach unten, dann hättest du ein A. So könnt ihr es euch vielleicht ganz schnell merken, aber passt auf, die Oktavbezeichnung ist dann eine andere. Aber ein kleines Rätsel habe ich hier. Und zwar aufpassen, es hat Violinschlüssel und Bassschlüssel in der Mischung drin. Ich probiere das mal zu lösen. Beim Violinschlüssel. Hätten wir hier ein B. Jetzt kommt ein Wort raus dann, wenn man alle Töne hinschreibt. Ein A. Violinschlüssel wieder. Ein C. Und jetzt wieder Bassschlüssel. Ein H. So kann man das ganz schnell lösen, wenn man jetzt mal die Oktavbezeichnung weglässt. Auch ein musikalischer Begriff natürlich war das. Das war Herr Johann Sebastian Bach. Und dann kommt natürlich auch vor, im Gegensatz dazu, wenn es in der Prüfung heißt, du sollst die Töne schreiben. Egal wie rum jetzt, ob du die Töne schreiben sollst oder den Buchstaben, du musst immer die Oktavbezeichnung dazu machen. Also wir schreiben jetzt mal das kleine Oktavbe F. Die sieht im Violinschlüssel so aus. Da braucht man ganz viele Linien. Und im Bassschlüssel, da sieht sie so aus. Wenn ihr es rechnen wollt, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch einfach mal gucken. Der Bassschlüssel ist ein F-Schlüssel. Also ist hier das F. So könnte man es auch rechnen. Genauso beim Violinschlüssel ist ein G-Schlüssel. Das heißt, der Violinschlüssel ist ein G-Schlüssel. Das heißt, du kannst auch einfach gucken, wenn du jetzt kein Violinschlüsselspieler bist, du rechnest dir das einfach aus. Du guckst, wo sitzt das G. Und dann rechnest du das einfach aus, rückwärts oder vorwärts, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie. So wie wir das immer gelernt haben. Gut, dann schreiben wir mal das DES-2 im Violinschlüssel. Das wäre hier einmal das D. Und jetzt brauchen wir noch ein Vorzeichen vorne dran. Oder das DES-1 im Bassschlüssel. Hätten wir dann hier. Und genauso das Vorzeichen dazwischen. Eine Übung noch, das A-I-S-1. Da schreibt man zuerst das A und dann das Kreuz davor. Genauso wie A-I-S in der großen Oktave. Wir machen das A und das Kreuz davor. Genau. Ganz genau arbeiten beim Schreiben, weil es ganz wichtig ist, ob es wirklich auch das Kreuz zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal, das Kreuz muss wirklich beim Ton so sein, dass es wirklich den Boppel umfasst. Und genauso das B, der Bauch vom B muss auch dort sein, wenn ihr die Töne schreibt. Dann übergebe ich das weiter an die Birgit. Genau. Wir gehen jetzt in ein Thema, das ist ein bisschen, ja, das ist nicht ganz einfach, und zwar die Feinbestimmung der Intervalle. Falls ihr noch beim ersten Kurs schon dabei wart, ihr wisst noch Intervallum, heißt, ist Lateinisch, und es geht um den Zwischenraum, also den Abstand zwischen zwei Tönen. Um den genau zu bestimmen, gibt es eben die Intervalle. Da habe ich nochmal den Überblick für die grob bestimmten Intervalle, und zwar die Prime, das ist ja der gleiche Ton, mit einem die Sekunde, mit der 2, die Terz, die Quarte, Quinte, Sechste, Septime und Oktave. Und jetzt habe ich hier mal eine Tonleiter über zwei Oktaven geschrieben, und unten auch eben die Klaviertastatur über zwei Oktaven. Wir gehen jetzt mal hier von dem mittleren C aus. Ich gucke mir jetzt mal von dem C an, wenn ich eine Sekunde mache. Gucke ich erstmal nach unten, vom C zum H. Ah, da habe ich keine schwarze Taste. Das heißt, die Sekunde nach unten, da gibt es nur einen Halbton. Wenn ich nach oben gucke, vom C zum D, da habe ich die schwarze Taste dazwischen. Und da gibt es zwei Halbtonschritte. Es ist beides eine Sekunde. Aber die mit nur einem halben Halbtonabstand ist eine kleine Sekunde und die mit zwei Halbtonschritten eine große Sekunde. Das kann ich jetzt hier von der Mitte aus gesehen, in beide Richtungen nachprüfen sozusagen. Und dann komme ich auf Folgendes. Es gibt mehrere Intervalle, die eben zwei verschiedene Abstände haben. Also die ein großes und ein kleines Intervall haben. Und es gibt ein paar Intervalle, die, wenn ich nach oben oder nach unten gehe, genau den gleichen Abstand haben. Das liegt natürlich mit dem Ort der schwarzen Tasten auf der Klaviertastatur zusammen. Jetzt gucken wir uns nochmal ein anderes an. Und zwar, wenn ich vom C vier Schritte nach unten gehe. Die Quarte gucken wir uns mal an. Und da komme ich eben, wenn ich vom C aus gehe, Das heißt, hier gibt es keine kleine oder große Quarte, sondern man sagt dem dann reine Quarte. Das ist ein reines Intervall. Ja, jetzt gibt es dazu, einfach, habe ich nochmal aufgeschrieben, es gibt zwei Arten, die eben, die, die nach oben und nach unten genau gleichen Abstand haben. Das sind die reinen Intervalle. Und die, die nach oben und nach unten unterschiedliche Entfernungen haben, die sind groß und klein. Natürlich, dass dann in eine Richtung schreiben. Also ich habe nicht nur die kleine Sekunde nach unten und die große nach oben, sondern es geht natürlich auch in alle Richtungen. Und da gibt es einen Merkspruch dazu. Prim, Quart, Quint, Oktav sind rein, alle anderen groß und klein. Ja, wenn ich mir den merke, weiß ich einfach schon mal, wenn ich dann Intervalle bestimmen muss, kann denn, wenn da jetzt eine Quarte ist, kann die denn groß und klein sein? Nein, nein, die Quarte ist rein und die Quinte auch. Also dieser Merkspruch, den kannst du dir merken, kannst dir aufschreiben. Das ist sehr praktisch, wenn man das weiß. Und jetzt gucken wir uns das mal wirklich an. Was gibt es alles? Hier habe ich jetzt alle Intervalle nach oben geschrieben, wenn ihr es euch anguckt. Und zwar, hier geht es los mit der reinen Prime. Die hat überhaupt keinen Halbtonschritt-Abstand sozusagen. Null ist der gleiche Ton. Dann kleine und große Sekunde. Ihr seht, vom C zum D ist die große Sekunde. Wenn ich vor das D ein B hinschreibe, dann habe ich die kleine Sekunde. Dasselbe kann ich mit der Terz machen. C, D, E. Grobbestimmung habe ich die Terz. Aber, wenn ich es angucke, von C zum S sind es nur drei Halbtonschritte. Von C zum E sind es vier. Die Quarte, haben wir vorher schon angeguckt bei der Tastatur, hat fünf Halbtonschritte. Und die Quinte hat, hoppla, da fehlt was. Sieben. Jetzt seht ihr auch, da dazwischen. C, F, C, G. Da fehlt ja eine Halbtonschritte. Und das ist jetzt ein Intervall, das so nicht unbedingt vorkommt. Also, doch, es wird in der Musik ganz oft benutzt. Aber das heißt eben eigentlich nicht reine Quarte oder reine Quinte, sondern das ist der sogenannte Tritonus. Und jetzt schneide ich hier schon ein Thema an, das wir nachher noch haben. Es gibt eben auch den Fall, dass wenn ich vom C zum F gehe, vom C zum Fis, ist es der Tritonus. Oder ich kann eben sagen, es ist eine übermäßige Quarte. Ist nicht rein, sondern eben übermäßig. Oder wenn ich es von der Quinte aus ansehe, von C zum Gess, dann habe ich auch den Tritonus mit sechs Halbtonschritten. Aber es ist eben keine reine Quinte, sondern eine sogenannte verminderte. Kommen wir nachher noch genauer drauf, aber dann habt ihr es schon mal gehört. Dann bei der sechste, die ist wieder klein und groß, die septime, wieder klein und groß und die Oktave wieder rein. Da habe ich euch einfach genau aufgeschrieben, wie viele Halbtöne jedes Intervall hat. Genau. Wie mache ich das jetzt im echten Leben, wenn ich das bestimmen muss? Also, das erste ist immer, ich bestimme das Intervall grob und gucke mir das an. E zum C, da zähle ich dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist eine sechste. Ah, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Gabi guckt schon. Das habe ich nicht verbessert. Ich müsste einmal mir verzeihen. Im Bassschlüssel habe ich das falsch geschrieben. Das ist, habe ich einen falschen Ton gemacht. Das ist natürlich hier falsch mit dem e, da habe ich unten eine Oktave. Müsste hier das C sein. Ja, das ist die sechste. Dann gucken wir weiter. Was mache ich als nächstes? Wenn ich es jetzt grob bestimmt habe, bestimme ich das Intervall fein. Und ich persönlich, ich male mir immer eine kleine Klaviertastatur auf, um zu gucken, wie viel Halbtonschritte das hat. Aber ich kann es natürlich auch im Kopf überlegen. Und dann gucke ich, vom e zum c, habe ich, Vorsicht, da darf ich jetzt den ersten nicht mitzählen, oder? Ich habe ja immer e, f, also ich habe nur den Schritt. Ich zähle nicht den ersten Ton mit. Vom e zum f, fis, g, gis, a, a, is, h, c. Das sind acht Halbtonschritte. Jetzt überlege ich kurz. Ich habe mir immer gemerkt, der Tritonus hat sechs und dann kann ich es mir überlegen, Quinte hat sieben, Sechste hat acht oder neun Halbtonschritte. Und dann habe ich schlicht und ergreifend die kleine Sechste, weil ich habe ja acht Halbtonschritte. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch aufgemalt. Wie komme ich da hin? Ist es ein kleines oder ein großes Intervall? Ja, da macht man zuerst die Grobbestimmung. G, a, h. Dann habe ich die Terz. Und dann kann ich wieder gucken. Rechne ich aus. G, gis, a, a, is oder b, h. Das sind vier Halbtonschritte. Kann ich gucken. Prim hat null, Sekunde eins, zwei, Terz drei, vier. Und dann lande ich mit vier Halbtonschritten bei der großen Terz. Ich habe jetzt hier eine Übersicht gemacht. Und jetzt seht ihr schon, es gibt reine Intervalle, kleine und große. Und dann eben noch das, was ich vorher angesprochen habe, übermäßige oder verminderte Intervalle. Und das kann ich jetzt nicht nur bei den reinen machen, mit den verminderten und übermäßigen, sondern auch bei den anderen. Ich habe euch hier jetzt zu jedem ein Beispiel. Alle Spiele, die es gibt, die Prim ist grundsätzlich rein. Das ist C zu C. Dann kann ich aber den zweiten Ton entweder erhöhen oder erniedrigen. Dann habe ich jeweils einen Halbtonschritt, also eine übermäßige Prim. Bei der Sekunde habe ich entweder, ich fange mal hier an, C zu D ist die große Sekunde. C zu Dess mit einem Halbtonschritt ist die kleine Sekunde. Oder ich kann ja auch doppelt erniedrigen mit einem Doppel B. Dann habe ich quasi C und C. Null Halbtonschritte heißt verminderte Sekunde. Oder in die andere Richtung kann ja vor das D auch ein Kreuz schreiben. Dann habe ich die übermäßige. Und so geht es für alle Intervalle. Das kleine, das große, vermindert und übermäßig. Also bei den kleinen und großen habe ich vier Arten, die es gibt. Also vermindert, klein, groß, übermäßig. Und bei den reinen habe ich drei. Hier jetzt bei der Quarte seht. Die reine Quarte, die verminderte oder die übermäßig, die wir schon als Tritonus kennengelernt haben. Ja, das sind jetzt einfach alle Beispiele. Ich lasse die jetzt mal hier so reinfliegen. Ja, die interessant sein können. Ich sage das einmal, das ist eine Art der Feinbestimmung für Intervalle. Es gibt noch eine andere Art, nämlich über Tonleitern. Das wird man garantiert auch noch euch zeigen. Aber das ist so dieses grundsätzliche Verständnis für die Abstände, Halbtöne, Zählen. Genau. Und jetzt gibt es noch eine Sache. Es gibt sogenannte Komplementärintervalle. Und zwar ist es so, wenn ich von einem Ton aus in zwei Richtungen zum dann wiederum gleichen Ton gehe. Also zum Beispiel vom F zum E oder vom F zum E nach oben. Dann habe ich nach unten hin die kleine Sekunde und nach oben hin die große Septime. Die kleine Sekunde hat einen Halbtonsschritt und die große Septime hat elf Halbtonsschritte. Und somit ergibt sich im Gesamten immer eine Oktave. Das kann ich mit allen Intervallen, die so zueinander, die sich eben ergänzen. Komplementär heißt Ergänzung. Wenn ich die große Sekunde nehme, gehe ich nach oben die kleine Septime und habe auch immer die Oktave. Und so habe ich das für alle anderen Intervalle auch aufgeschrieben. Kleine Terz und große Sechste ergeben zusammen eine Oktave. Die große Terz und die kleine Sechste ergeben eine Oktave. Und die Quarte und die Quinte ergeben zusammen eine Oktave. So, wenn euch ein bisschen der Kopf schwirrt, könnt ihr euch das auch nochmal ganz in Ruhe angucken oder bestimmt auch nochmal nachlesen, nochmal Details anschauen oder genau, wenn wir auch nochmal das Thema anschneiden mit den Tonleitern, dann da nochmal einschalten. Ich glaube, das ist auch für heute. Gabi, habe ich noch was vergessen? Ne, ich glaube, wir sind gut durchgekommen. Super. Alles da. Cool. Dann wünschen wir euch jetzt eine gute Woche. Viel Spaß bei all unseren Videos und bis demnächst, eure Gabi und Birgit. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020